und dann schauen wir mal das ist wenigstens besser gelöst als mario land 2 stop hier war immer so ein frosch genau minigame clear okay was das zu bedeuten hat keine ahnung hey das sieht aus wie sands wie aus anderthal nur bissen fetter da ist ein roter schlösser okay was ist das denn ist das ein bus golf okay das haben wir gerade extrem verschissen okay ich glaube ich weiß wie es gedacht ist versteht versteht mich keine ahnung versteht mich man kriegt ja auch keine ja schon einweis und wie man dazu spielen und es ist ein bisschen blöd ehrlich gesagt holen wir uns mal den roten schlüssel ich denke mal dass in der tür links die da war da ruht die rote truhe benötet rote münze oh nein ach bitte nicht jetzt müssen wir das golfspiel jetzt ernsthaft schaffen na gut wenn ihr darauf besteht dann müssen wir das machen also 14 versuch ne warte mal doch 14 versuche hätten wir ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ich weiß nicht ich weiß nicht warte mal der rutscht immer aus aber warum kommt man hier irgendwie sich die an die 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 Giff ab Fiel zweimal zu auf die Schnauze, aber Ich hab keine Ahnung Ich versuche hier irgendwelche Knöpfe zu tun Kann es sein, dass wir eine Fähigkeit bräuchten? Dass wir hier überhaupt noch gar nicht weiterkommen Ich lasse das jetzt erstmal aus Weil ich glaube, dass wir das hier erst später bekommen Oh Gott, da haben wir ja vier vor Hier geht es ja nicht weiter Okay Head for the woods Okay, jetzt müssen wir hier noch was veranstalten Der hat mir gerade so einen interessanten Tipp gegeben Auch schön Okay Hier schon das Lendeende. Äh, Lendeelfe. Ja, alles klar. Das Levelende meinte ich natürlich. Ich sehe so komische Wisch. Schwimmen können wir ja trotzdem nicht. Wir hatten wahrscheinlich einen Gedächtnisverlust gehabt. Deswegen konnten wir... Haben wir nicht... Ähm, sag schon. Deswegen haben wir nicht alle Fähigkeiten mehr, was die vorigen teilen. Mini-Game-Clear, ja. Ja, aber hä? Irgendwas habe ich übersehen. Vielleicht sollte ich mal in den anderen Level nochmal reingehen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt hier irgendwie hängen. Da wäre eine Minze nochmal. Gehen wir nochmal in einen anderen Level. Oder... Warte mal. Achso. Wir müssen, glaube ich, denke ich nochmal hier hin. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich denke mal, wir müssen da ganz nach links. Nein. Nein. So. So. Nein! Sweren Sie mich! Hey, wir müssen da hoch. Nein. Ich denke mal, dass da links der rote Schlüssel dazu ist. Hm, 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 hm. Warte mal, unten geht's da auch wohin? Warte mal. Ich glaube, das ist der Falsche. Das ist, denke ich mal, der Richtige. Ah. Alter, da muss ich ja komplett... Warte mal. Nee, hä? Äh, warte mal. Oder hat die Stampfattacke... Müssen wir die Stampfattacke jetzt auf diesen... Ähm... Was war das für ein Teil nochmal? Auf die Lure. Wobei das da auch immer war. Was wird die dazu nutzen müssen? Okay. Okay. Ich glaube, die 100% schaffen wir hier nicht. Ich glaube nicht. Das ist ja viel zu kompliziert. Aber einfacher... Nee, bewegt sich nicht. Jetzt haben wir hier zwar eine Münze sammelt. Hilft uns aber nicht. Nee. Warte mal. Gehen wir mal ganz am Anfang. Hier. Genau. Genau. Alter, das ist ja so kompliziert, ne? Wir müssen von hier aus, denke ich mal. Ja, zu spät. Nee, funktioniert nicht. Hä? Wie soll jetzt das sein? Ich verwirrste, hier keine Sonne mehr. Warte mal. Gehen wir nochmal zum Map. Gut. Das hat Ruinen. Mal mal, der Typ, der gibt uns doch immer Tipps. Head for out of the woods. Müsste ich tatsächlich das Minigame spielen? Aber ich weiß doch nicht wie. Ich weiß doch nicht, wie ich sie hier kenne, die Sonne echt. Ehrlich gesagt. Also hier muss irgendwas sein. Wispy Woods sagt nichts. Schau mal nachher. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir sollen ja hier... Wie... Ich denke mal, dass wir hier... Ich versuche nochmal an dieses Level, an dieses Minigame. Es scheint ja irgendwie Pflicht zu sein, dass wir hier... Also ist das scheinbar Pflicht? Oder offensichtlich? Das ist halt der Nachteil in so ein... Warte mal. Was ist denn? Ne. Ich habe gerade gedacht, ob man die Gegner vielleicht nach links irgendwie teleportieren soll oder bringen soll. Aber macht ja keinen Sinn. So, holen wir uns erstmal den roten Schlüssel. Das ist zwar ganz nice, das war... Das war ich jedes Mal... Neu betreten müssen und neue Secrets und sowas finden. Oh. Besten die Kugel gleich mal hier. Wer rutscht denn mal aus? Warte mal. Okay. Schön, dass man sich mir das jetzt auch erklärt hat. Ne. Oh Gott. Jetzt müssen wir... Oh Gott. Warum zieht das nicht? Schade. Okay, warte. Game over, oder? Ne. Fuck. Okay, da brauche ich mal ein paar Versuche mehr. So. Das ist ein bisschen schwer, ne? Fuck. Alter. Eine schöne Kohle. Schon verkackt? Nee. Okay. es ist wirklich schwer so haben wir es endlich geschafft nach zwölf trillion jahren können wir endlich weitermachen hier haben wir bis jetzt alles richtig gemacht was passiert jetzt okay also dieser dieser typ da in den tempel da gibt uns immer tipps das ist gut zu wissen ok mal gucken was er jetzt sagt das ist ganz gut also sind die anderen erst mal irrelevant ok sehr schön also der pool of rain ok hier ist ein schwieriger felsen ja das war super optimal ok das ist annehmbar die rätsel sind cool ich glaube ich habe jetzt gerade mehr scheiße gebaut warte mal ja so jetzt müssen wir jetzt müssen wir den ganz rechts irgendwie nach hoch bekommen hm wir machen das am besten der macht gar nichts der macht was gut aber wir müssten glaube ich nochmal da drauf kann man ja gar nicht weiter geht aber nicht kniffliges rätsel das ist oofy Warte mal. Nee. Das ist eine Stadt, die ich mir vorgestellt habe. Ah, das könnte funktionieren. Warte mal. Ja, so. Mist. Scheinbar kriegen wir hier die Wasserfähigkeit, also die Schwimmfähigkeit. Okay, das Ding muss noch ein bisschen höher. Hier nicht. Also die zwei, die hier nicht mehr. Hm. So. Da ist ja bestimmt was, oder? Nee. Okay. Ja, kommen wir mal eigentlich... Ich weiß nicht, ob wir gut vorankommen, aber ich denke mal. Okay. Ja, schon Level Ende, aber... Habt ihr irgendwo einen Schlüssel gesehen? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht so großartig. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Ja, der sieht ganz danach so aus, als ob der da oben ist. Ja, der sieht ganz anders aus, als ob der da oben ist. Hm. Okay, der müsste jetzt noch ein bisschen höher. Alter. Das könnte sogar von der Höhe eigentlich auch ausrechnen, oder? Nee. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben was ist. So. Ha, siehste? Hm. Richtig mies. Hm. Warte mal. Okay, der müsste jetzt noch ein bisschen nach oben. Okay. Gut. Was? Sehr schön. Da auf erstmal einen Eistee. Was hat man da bekommen? Sieht aus wie so ein Artefakt oder so. So. So.